Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Eingespaltenes Haus anzunehmen bei Bruder Pike in das Sturmsanktal. An dieser Position nehme ich die Quest gleich mal an. Darf mich nun hinbegeben. Ich überlege jetzt, ob ich auf dem Bruder Pike warten soll oder nicht. Vielleicht erzählt er mir noch was auf dem Weg. Unter den Wogen, wartend, rufend. Er kann bereits das Flüstern hören. Wir haben nicht viel Zeit. Mir ist so kalt. Werden die Stimmen bald aufhören? So, Quest ist abzugeben bei Bruder Pike in das Sturmsanktal. An dieser Position. Hier bin ich. Ich hoffe sehr, ich konnte euch irgendwie helfen. Tschau.